Wir sind für Sie da, steht auf der Eingangstür geschrieben und diese Worte sind seit Dienstag Programm. Am Albrechtsplatz 17 eröffnete die Wohnungsgenossenschaft Dessau EG ihr neues Hauswartbüro und damit einen attraktiven und dienstleistungsorientierten Servicepunkt für alle Mitglieder. Die beiden alten Hauswartbüros am Altentheater 12 und in der Marienstraße 20 waren nur über eine große Außentreppe erreichbar und somit war eine Barrierefreiheit nicht gegeben. Das hat sich mit dem neuen Standort geändert. In einem modernen Ambiente können alle Bewohner aus Dessau Nordentzentrum nun ihre Probleme und Fragen klären. Oft sind die Hauswarte erster Anlaufpunkt für die Bewohner. Der Servicepunkt am Albrechtsplatz hat dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.